Die Sicherheit der Patienten steht an erster Stelle. On2Drug wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die Lösungen für Krankenhäuser, Apotheken und Arztpraxen anbieten, um Medikationsfehler auszuschließen. Dank der Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfungen, kurz AMTS, werden Patienteninformationen und Anamnese in Kombination mit aktuellen Therapien ausgewertet. On2Drug läuft im Hintergrund ohne eigene Oberfläche, prüft Informationen und sendet Warnungen, die in der Primärsoftware des medizinischen und pharmazeutischen Personals angezeigt werden. Blitzschnell werden gesundheitliche Gefahren aufgrund einer Vorerkrankung oder Doppelmedikation erkannt. On2Drug gibt eine Warnmeldung an die Primärsoftware ab. On2Drug ist in die bestehende Software vollintegrierbar und erfordert somit keine zusätzliche Dateneingabe. Stets auf dem aktuellsten Stand bietet es damit die höchste Zuverlässigkeit in Patienten. und erfordert somit eine Sicherheit.